Der Angriff auf eine Homebase bringt dem Angreifer keinen Vorteil. Eine Homebase kann man nicht einnehmen. Trotzdem kommt es vor, dass eine Homebase angegriffen wird. Aber was genau passiert dann? Eine Homebase lässt sich in Combat Siege nicht wirklich verteidigen. Flaggen können bei Homebases nicht gesetzt werden. Meine Homebase liegt weit abseits meiner Basen, direkt vor den gegnerischen Basen. Das hat manchmal auch Vorteile, provoziert aber durch ihre Anwesenheit möglicherweise den Gegner. Leider hat man als Spieler keinen Einfluss darauf, wo die Homebase beim Einloggen erscheint. Meine Basis hat in Combat Siege weder einen Kran, noch einen Sichtturm, Störsender oder Detektor. In Desert Order wurden diese kostenlos wiederhergestellt. Deshalb vermute ich, dass dies auch in Combat Siege so sein wird. Nur zeigen kann ich es heute nicht. In meiner Homepage laufen keine Produktionsbeschleuniger. Die sollte man vor der Zerstörung bewusst abbrechen, um das dafür ausgegebene Gold zurückzubekommen. Es kursieren da ja wilde Gerüchte. Einige meinen, nach der Zerstörung der Homebase sei alles verloren, was in der Homebase gebaut wurde. Andere Gerüchte besagen, das wiederholte Zerstören der Homebase bewirke das Versetzen auf eine andere Map. Mit solchen Gerüchten möchte ich heute aufräumen. Nach dem Zerstören der Homebase gibt es erst einmal jede Menge Warmungen. Zu wenig Energie, zu wenig Militärpunkte. Ich hatte sowohl Kraftwerke als auch Militärzentralen in meiner Homebase gebaut. Die sind mit der zerstörten Homebase natürlich weg. Auch die Militärverwaltung und die Gebäude zur Gruppenlimiterweiterung sind erst einmal mit der Homebase verschwunden. Ich stelle die zerstörten Max-Gebäude sofort in normalen Basen wieder her. Denn ein Gegner, der einmal eine Homebase bewusst zerstört, der macht das immer wieder. Also wird meine Homebase von nun an viel schlanker sein. Das Wiederherstellen der Max-Gebäude ist relativ preiswert. Viel habe ich dadurch eigentlich nicht verloren. Nach einigen Minuten taucht die Homebase wieder auf. Leider wieder an derselben Stelle wie zuvor, also direkt vor den gegnerischen Basen. Wie man sieht, werden die Militärverwaltung und das Gruppenlimiterweiterungsgebäude sofort kostenlos wiederhergestellt. Ich spare mir das erneute Upgraden der Verteidigungsstürme. Eine Basis ohne Flagge ist selbst mit Ausbau auf Stufe 12 leicht einzunehmen. Erst Flaggen machen Basen stark und die kann man bei Heimatbasen nicht setzen. Stattdessen werde ich die Wiederherstellung der Flagg-Upgrades bei der nächsten eroberten normalen Basis nutzen. Die Gegnerin Lucy aus der Allianz Matrix möchte wohl endlich mal auch mit ihrem Namen in meinem Log der eingenommenen Basen erscheinen. Bisher steht die da nur auf der Verliererseite. Offensichtlich ist sie davon überzeugt, dass es rühmlich sei, mit dem Zerstören der Heimatbasis da immer wieder zu erscheinen. Auf der Map 40 sind nur noch U294 und ich mit unseren Heimatbasen übrig geblieben. Beide Basen werden an diesem Abend immer und immer wieder zerstört. Lucy verliert jeweils etwa 10 AML 60. Die Heimatbasis wird gratis wiederhergestellt. Was meint ihr dazu? Ist erlaubt, was die Spielmechanik zulässt? Ist es anständig, eine Homebase zu zerstören? Ich bin gespannt auf Eure Meinung in den Kommentaren unter diesem Video. Sie ist so ein wah cryptomet ziet. Dann sehen Sie die Sendung.